Viele wissen mittlerweile, wie Jani dieses Leben so sieht Auch wenn du mein Feind bist, Inshallah kommst du ins Paradies Was bringt es zu hassen? Dadurch entsteht doch nur noch mehr Krieg Man, ich wünsche euch das Beste, ihr kriegt schon das, was ihr so verdient Das ist okay, aber eins noch, rede nicht so